Semino Rossi, geboren als Oma Ernesto Semino, wurde am 29. Mai 1962 in Rosario, Argentinien, geboren. Er ist ein berühmter argentinisch-italienischer Sänger, der derzeit in Österreich lebt. Rossi ist bekannt für seine unverwechselbare Stimme und seinen charismatischen Musikstil, der die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt erobert hat. Seine Musikkarriere hat viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Aber eine der größten Herausforderungen für Rossi ist das Lymphom, das bei ihm kürzlich diagnostiziert wurde. Rossi wurde in einer argentinischen Familie italienischer Herkunft geboren und kam schon früh mit Musik in Berührung. Schon in jungen Jahren zeigte er eine starke Leidenschaft für den Gesang, die ihn zu herausragenden Erfolgen in seiner Musikkarriere führte. 1990 zog er nach Österreich und entwickelte sich dort schnell zu einem der bekanntesten Musikstars. Rossis Musik hat oft einen starken lateinamerikanischen Einfluss, mit emotionalen Balladen und fröhlichen, fröhlichen Liedern. Im Laufe seiner Karriere hat Rossi viele erfolgreiche Alben veröffentlicht und zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen. Seine Songs sind bei den Fans immer beliebt und er hat sich nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt eine treue Fangemeinde aufgebaut. Rossis gefühlvolle Stimme und seine Fähigkeit, Emotionen durch Musik zu vermitteln, haben ihn zu seiner persönlichen Marke gemacht und ihn zu einem der beliebtesten Sänger seines Genres gemacht. Doch Anfang 2024 wurde Rossis Leben durcheinander gebracht, als bei ihm ein Lymphom diagnostiziert wurde. Bei dieser Krankheit handelt es sich um eine Krebsart, die das Lymphsystem des Körpers befällt und zu einem abnormalen Wachstum der Lymphzellen führt. Das sind sehr schockierende und herzzerreißende Neuigkeiten für Rossi und seine Fans. Obwohl er im Laufe seiner Karriere mit vielen Herausforderungen konfrontiert war, war die Behandlung eines Lymphoms eine schwierige und mühsame Herausforderung. Ein Lymphom kann die Gesundheit einer Person ernsthaft beeinträchtigen und die Behandlung kann hart sein. Rossi musste sich mehreren Runden Chemotherapie und Bestrahlung unterziehen, was sich nicht nur auf seine körperliche, sondern auch auf seine geistige Gesundheit auswirkte. Doch mit Optimismus und der Unterstützung von Familie, Freunden und Fans versuchte Rossi, seine Stimmung aufrecht zu erhalten und weiterhin gegen die Krankheit zu kämpfen. Rossi veröffentlichte Informationen über seinen Gesundheitszustand, um das Bewusstsein für Lymphome zu schärfen und andere zu ermutigen, sich regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen zu unterziehen. Er hofft, dass seine Geschichte andere, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, inspirieren und unterstützen kann. Rossi erhielt auch starke Unterstützung von der Musik-Community und den Fans, die Glückwünsche und enthusiastische Gesten der Unterstützung übermittelten. Obwohl er gegen ein Lymphom kämpft, setzt Rossi seine Musikkarriere fort. Er hat mehrere Benefizkonzerte organisiert, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln und andere von der Krankheit Betroffene zu unterstützen. Diese Auftritte sind für Rossi nicht nur eine Gelegenheit, seine Liebe zur Musik zu zeigen, sondern auch eine Möglichkeit für ihn, einen Beitrag zum Kampf gegen den Krebs zu leisten. Semino Rossi ist ein Musterbeispiel an Belastbarkeit und unerbittlichem Kampfgeist. Obwohl er im Leben vor großen Herausforderungen stand, zeigte er, dass wir mit Mut und der Unterstützung seiner Mitmenschen jede Schwierigkeit überwinden können. In Rossis Geschichte geht es nicht nur um die Musikkarriere eines Stars, sondern auch um den Kampf und die Hoffnung im Kampf gegen den Krebs. Mit Magical Moments hat Semino Rossi ein funkelndes Musikwerk geschaffen, das in jeder Melodie und jedem Text jeden Aspekt der Liebe beleuchtet. Von süßen Liebesliedern bis hin zu tiefgründigen Balladen zeigt dieses Album nicht nur die Vielfalt der Liebe, sondern schildert auch einfühlsam und aufrichtig die menschlichen Emotionen, wenn sie mit tiefen Gefühlen konfrontiert werden. Semino Rossi, ein Künstler, der für seine warme und emotionale Stimme bekannt ist, nutzt seine Musik, um die Türen der Herzen der Zuhörer zu öffnen. Das Album Magical Moments ist nicht nur eine Sammlung von Liedern, sondern auch eine Reise, um Liebe in vielen verschiedenen Formen zu entdecken und zu erleben. Jedes Lied auf dem Album enthält eine einzigartige Geschichte, von den Freuden und Freuden der wahren Liebe bis hin zur Traurigkeit und dem Verlust, wenn die Liebe nicht mehr dieselbe ist. Einer der Höhepunkte des Albums ist Semino Rossis Fähigkeit, musikalische Elemente und Texte zu kombinieren, um einen emotionalen musikalischen Raum zu schaffen. Seine Texte sind nicht nur Worte, sondern wahre Ausdrucksformen von Gedanken und Gefühlen, mit denen sich jeder von uns identifizieren kann. Die romantischen, poetischen und tiefgründigen Melodien, kombiniert mit der inspirierenden Stimme von Semino Rossi, schaffen eine gemütliche und intime Atmosphäre, die dem Zuhörer das Gefühl gibt, jeden Schritt eines Satzes zu beobachten. Neben romantischen Liebesliedern enthält das Album auch Lieder mit dem Klang reifer Liebe. Semino Rossi scheut sich nicht, die komplexen Aspekte der Liebe zu erforschen, von Opferbereitschaft, Verständnis bis hin zu Konflikten und Herausforderungen. Damit hebt er nicht nur die Schönheit der Liebe hervor, sondern betont auch die wertvollen Lektionen und Erfahrungen, die die Liebe mit sich bringt. Magical Moments ist auch ein Beweis für Semino Rossis beständiges Talent und seine Kreativität, Liebe durch Musik auszudrücken. Dieses Album ist ein unverzichtbares Werk in der Sammlung von Musikliebhabern, insbesondere denen, die tiefe und emotionale Liebeslieder lieben. Semino Rossi ist es gelungen, die zartesten und authentischsten Gefühle der Liebe zu vermitteln und ein Kunstwerk zu schaffen, das sowohl tiefgründig als auch fesselnd ist. Insgesamt ist Magical Moments nicht nur ein Musikalbum, sondern ein Kunstwerk, das die Nuancen der Liebe perfekt zum Ausdruck bringt. Semino Rossi kombiniert gekonnt Musik und Texte, um ein reichhaltiges und tiefgreifendes emotionales Erlebnis zu schaffen, das jedem Zuhörer das Gefühl gibt, Liebe durch die Linse von Aufrichtigkeit und Hingabe zu spüren. Dies ist ein Werk, das beweist, dass Liebe ein endloses Thema ist, das immer in den magischen Momenten des Lebens entdeckt und ausgedrückt werden kann. Anfang des Jahres veröffentlichte Semino Rossi offiziell den Titelsong für sein neues Album mit dem Titel, Magic Moments. Dies ist nicht nur ein musikalisches Werk, sondern auch ein wichtiger Wendepunkt in seiner Karriere, als er beschloss, sich von den romantischsten und mystischsten Aspekten, aber auch von den intimsten und aufrichtigsten Aspekten auszudrücken. Magic Moments ist nicht nur ein Lied, sondern auch ein reichhaltiges musikalisches Bild, in dem Semino Rossi mutig seine tiefen inneren Gefühle erforscht, um magische und romantische Momente mit den Zuhörern zu teilen. Mit seinem sanften Klang und der emotionalen Melodie zieht dieses Lied die Menschen leicht in den geheimnisvollen und romantischen Raum, den Semino Rossi schafft. Jede Note, jeder Text trägt eine Geschichte, eine tiefe Emotion, die er vermitteln möchte. In den Texten von Magic Moments geht es nicht nur um die Liebe, sondern auch um seine persönlichen Erfahrungen, die Momente, in denen er die Magie des Lebens und der Liebe spürte. Semino Rossi ist nicht nur ein Sänger, sondern ein wahrer Künstler mit der Fähigkeit, den Zuhörern durch seine Musik eine farbenfrohe und emotionale Welt zu bieten. Sein neues Album ist nicht nur eine Sammlung von Liedern, sondern eine musikalische Reise, die den Hörer durch viele verschiedene Emotionen führt, von romantischen, mystischen Momenten bis hin zu aufrichtigen und nahen Gefühlen. Magic Moments zeigt Semino Rossi deutlich mit seiner furchtlosen und unerbittlichen Kreativität. Er zögerte nicht, verschiedene Aspekte seiner selbst zu erforschen und den Fans ein Musikprodukt zu bieten, das sowohl neu als auch vertraut ist. Jeder Song auf dem Album ist Teil einer größeren Geschichte, eines Gesamtbildes des Lebens, der Liebe und der magischen Momente, die er erlebt. Mit Magic Moments hat Semino Rossi Reife in seiner Karriere bewiesen, nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Dieser Titelsong ist nicht nur ein Lied zum Genießen, sondern auch ein zutiefst emotionales Erlebnis, das die Zuhörer dazu einlädt, die wunderbaren Momente des Lebens mit ihm zu erkunden. Dies ist ein großer Fortschritt in seiner Karriere und bestätigt das Talent und die Kreativität eines Künstlers, der ständig auf der Suche nach den schönsten Dingen ist und diese mit der Welt teilt. Anfang des Jahres veröffentlichte Semino Rossi offiziell den Titelsong für sein neues Album mit dem Titel, Magic Moments. Dies ist nicht nur ein musikalisches Werk, sondern auch ein wichtiger Wendepunkt in seiner Karriere, als er beschloss, sich von den romantischsten und mystischsten Aspekten, aber auch von den intimsten und aufrichtigsten Aspekten auszudrücken. Magic Moments ist nicht nur ein Lied, sondern auch ein reichhaltiges musikalisches Bild, in dem Semino Rossi mutig seine tiefen inneren Gefühle erforscht, um magische und romantische Momente mit den Zuhörern zu teilen. Mit seinem sanften Klang und der emotionalen Melodie zieht dieses Lied die Menschen leicht in den geheimnisvollen und romantischen Raum, den Semino Rossi schafft. Jede Note, jeder Text trägt eine Geschichte, eine tiefe Emotion, die er vermitteln möchte. In den Texten von Magic Moments geht es nicht nur um die Liebe, sondern auch um seine persönlichen Erfahrungen, die Momente, in denen er die Magie des Lebens und der Liebe spürte. Semino Rossi ist nicht nur ein Sänger, sondern ein wahrer Künstler mit der Fähigkeit, den Zuhörern durch seine Musik eine farbenfrohe und emotionale Welt zu bieten. Sein neues Album ist nicht nur eine Sammlung von Liedern, sondern eine musikalische Reise, die den Hörer durch viele verschiedene Emotionen führt, von romantischen, mystischen Momenten bis hin zu aufrichtigen und nahen Gefühlen. Magic Moments zeigt Semino Rossi deutlich mit seiner furchtlosen und unerbittlichen Kreativität. Er zögerte nicht, verschiedene Aspekte seiner selbst zu erforschen und den Fans ein Musikprodukt zu bieten, das sowohl neu als auch vertraut ist. Jeder Song auf dem Album ist Teil einer größeren Geschichte, eines Gesamtbildes des Lebens, der Liebe und der magischen Momente, die er erlebt. Mit Magic Moments hat Semino Rossi Reife in seiner Karriere bewiesen, nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Dieser Titelsong ist nicht nur ein Lied zum Genießen, sondern auch ein zutiefst emotionales Erlebnis, das die Zuhörer dazu einlädt, die wunderbaren Momente des Lebens mit ihm zu erkunden. Dies ist ein großer Fortschritt in seiner Karriere und bestätigt das Talent und die Kreativität eines Künstlers, der ständig auf der Suche nach den schönsten Dingen ist und diese mit der Welt teilt. Semino Rossi ist ein Mensch, der den Raum jedes Mal, wenn er auftaucht, attraktiv und voller Emotionen macht. Sein Talent liegt nicht nur in seinem Charme, sondern auch in seiner Fähigkeit, das Publikum mit leidenschaftlichen Liebesliedern, eingängigen, tanzbaren Popsongs und stimmungsvollen Hits zu fesseln. Semino Rossi hat mit seiner warmen Stimme und seinem charismatischen Auftrittsstil die Herzen vieler Fans auf der ganzen Welt erobert. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, romantische, emotionale und tiefgründige Liebeslieder zu liefern. Seine Lieder enthalten oft süße und aufrichtige Texte und schaffen ein wunderschönes Bild der Liebe, zu dem sich die Zuhörer unweigerlich hingezogen fühlen. Die eingängigen Popsongs, die er mitbringt, sind nicht nur pure Unterhaltung, sondern auch eine perfekte Kombination aus klassischer und moderner Musik. Die tanzbaren Lieder von Semino Rossi haben immer eine starke Anziehungskraft, sodass das Publikum nicht stillsitzen kann, sondern die fröhlichen und optimistischen Tanzbewegungen mitmachen muss. Einer der herausragenden Hits von Semino Rossi ist Yes, 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 ein emotionaler Song, den er hervorragend vorgetragen hat. Das Lied ist nicht nur ein romantisches Liebeslied, sondern auch ein Beweis für seine Aufrichtigkeit und Leidenschaft für die Musik. Die Kombination aus sanfter Melodie und stimmungsvollem Text hat ein besonderes Kunstwerk geschaffen, das dem Publikum die Tiefe und Emotion jeder Note spüren lässt. Semino Rossis Talent liegt nicht nur darin, Liebeslieder und Popmelodien zum Besten zu geben, sondern auch in seiner Fähigkeit, eine tiefe Verbindung zum Publikum herzustellen. Er hat die Fähigkeit, Zuhörer in eine Welt voller Emotionen zu entführen, in der jedes Lied eine Liebesgeschichte ist, eine tiefgreifende und aufrichtige Erfahrung. Semino Rossis Auftritte sind oft unvergessliche Ereignisse, bei denen Musik und Emotionen zu einem unvergleichlichen Erlebnis verschmelzen. Er versteht es, dem Publikum das Gefühl zu geben, Teil der Aufführung zu sein, indem er jedes Lied und jede Melodie vollständig und emotional vermittelt. Semino Rossi ist nicht nur ein feuriger Entertainer, sondern auch ein Mensch, der mit seiner Aufrichtigkeit und Leidenschaft die Herzen anderer erobern kann. An jedem berüchtigten Morgen stellt er nicht nur seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis, sondern beweist auch, dass er ein Künstler ist, der das Leben durch seine musik.